Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Staffel Nr. 6. Wir sind in der Folge 270. Wir haben noch 30 Folgen bis zu 300. Ich habe jetzt ein Bett hier mitgebracht, das wir jetzt hier aufstellen werden. Zack. Wir haben 3 Schilder. Die können wir hier schreiben. So, Gleis, Zugleis, Zugleis, Mensch, Zugleis, 2 bis 5. Und hier tun wir einfach Ausgang Statt. Super. Das ist Gleis 1 und das führt nach... Wüstkampen, Mooseck. Wüstkampen, Mooseck. Gleis 1. Mach mal schicker. 5 Dinger. Dann kommt dieses Teil. Dieses... Na wo ist es hier? Ne, das passt nicht. Doch. Lassen wir das. Gleis 1. Und zack. Und das auf die andere Seite ebenfalls. Hier bringt es ja nichts dran zu schreiben. 1, 2, 3, 4. Wieder ein auf. Gleis 1. 1, 2, 3, 4, 5. Gleis 1. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Und jetzt wird erstmal fleißig weitergebuddelt. Ich glaube ich tue in die Hand ne Fackel, weil dann sind wir ein bisschen mehr. Oder tun wir erstmal auf der anderen Seite das nach unten. Wir sind hier auf Höhe 50. Wenn wir auf Höhe 50 sind, hören wir auf. Okay. Jetzt sind wir erstmal mit dem Stein dran. Weil wir sind ja gleich voll. So, zack, zack. Das braucht man alles nicht hier unten. Das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Das auch nicht. Der Steaks. Sind auch nicht mehr viele. Hätten wir uns, wo wir im Lager waren, welche mitbringen können. Genau. 1,2 Meter voll. Das haben wir alles mit. Das möchte ich auch gerne hier haben. Was machen wir denn hier drüben angefangen? Hier. Wie breit ist das? Das passt. Perfekt. Jetzt kommen wir ja zwei Gleise hin. Gleis 3 und Gleis 2. Das Gleis da habe ich schon was vor. Passt mal auf. Das verbindet was miteinander. Was ihr euch jetzt denkt. Was ist das denn? Aber es kann sein, dass einer von euch. Oder zwei oder drei oder vier oder fünf. Das schon mal irgendwo gehört haben. Und zwar in welche Richtung machen wir das? Mal ganz kurz da drüben gucken. Über Menk Läden geht das Ganze. Okay. Über Menk Läden geht das Ganze. Und dann fahre ich mir hier. Wie ist das denn aufgebaut? Nach. Ganz oben. Und dann. Oh Gott. Oh Gott. Das wird ja was. Nach. Tannenstein. Über. Holtwitz. Und hier vorne auch noch mal. Nach. Doppelpunkt, Tannenstein, Über, Doppelpunkt, ne ohne Doppelpunkt, na hätte ich das Goldwitz stehen lassen können, Goldwitz, hier ist kein Über, hier drüben ist ein Über, das ist mit Doppelpunkt, es ist mit Doppelpunkt, nein, es ist mit Doppelpunkt, nein, das nicht, das, na, Tannenstein, Über, Goldwitz, Einschlafmusik, nach, Bonnenstein, Über, Goldwitz, Nö, wo haben wir das vierte Schild jetzt her, keine Ahnung, keine Ahnung, Ach, müssen wir das so machen, der kommt da hin, da und da, bis hier hin, das würden wir jetzt Treppen, bis auf Höhe 50, kommen jetzt hier die Treppen hin, So, jetzt sind wir hier unten drunter, da kommen wir jetzt nicht dran, der eine Stein ist auch egal, genau, genau, fünf hoch muss das sein, das Ganze, wenn wir dann unten sind, ist es dann noch vier hoch, so, jetzt sind wir für 51, und das ist schon hier 50, so, 1, 2, 3, 4, so, setzen wir hier ein paar Fackeln an, das ist ja noch Monsterspawnen, das wollen wir alle nicht, von unten setzen ist sinnvoller, eine Treppenstufe haben wir noch, so, gucken wir erstmal von hier, dass man das erwischt, so viel ist es ja im Grunde genommen nicht, ne, guck mal Eisen, so, perfekt, wenn wir das dann noch mit, also mitnehmen, so, müssen wir schon wieder schlafen, ne, sind wir alleine, ne, der Enrico ist noch da, macht gerade wieder Bilder, so, so, mal gucken, wo ist es nacht, es ist nacht, meine lieben Freunde, ich verabschiede mich, tschüss, bis zur nächsten Folge, Folge,